Guten Morgen meine Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, schaffen wir es jetzt endlich mal zu dem Bruderschaftshaus? Nein, wollten wir ja gar nicht, ne? Wir wollten uns ja erst ein paar Scherben holen. Und das werden wir jetzt machen. Oh, ich bin gerade an einer Wache vorbeigelaufen und sie hat mir nichts getan. Und warum? Oh, weil ich unbekannt bin. Äh, ja okay, Entschuldigung. Ich will nicht schon wieder Ärger haben, weil ich zu blöd bin. Halt hier Händler. Oh, das darf doch einfach nicht wahr sein. Hm. Achso, ich will der Gruppe nicht folgen. Ich will einen Händler haben. Komme ich hier irgendwie rum? Ja, da drüben bestimmt, oder? Achso, nein, 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 nein. Nicht untertauchen. Den da wollen wir. Ja, ähm. Was ist los mit dem? Stoffelt der da rum? Das ist ja nicht normal. Ja, ich weiß. Es ist auch wieder meine Schuld. Was? Sie kann ja nichts dafür. So. Okay. Jetzt bin ich wieder im Sperrgebiet. 102, 104. Wo ist der Typ wohl hin? Ah. Schnell weg hier. So. Okay. So, ist gut. Da ist noch einer. Da hockt noch einer. Okay. Okay, LT. Ah. Okay, der macht jetzt erstmal Haier. Oh, du Idiot. Oh. Oh, ich bin schon wieder außer Puste. Das darf doch nie was sein. Okay. Den da vorne lege ich jetzt auch erstmal. Nichts dem Zufall überlassen, ne? Da ich sowieso so ein Stoffel bin. Und hier nicht wirklich was hinbekomme. Aber das ist aber auch gewaltig anders als Valhalla Odyssee und so. Also. Es gefällt mir nicht wirklich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Steuerung und so weiter. Es ist für mich sehr schwer damit zurecht zu kommen. Irgendwie. Da ist der Typ. Okay. Aua. Warte mal. Lass mich mal weglaufen. Ganz schnell. Joa. So ist Bassi. So. Chill dein Leben. Komm mal runter. Hier komme ich nicht rein. Schwebende Flaschen. Auch nicht schlecht. Nicht. Okay. Da hockt der Typ. Ich glaube den Typen hole ich mir indem ich hier nein da rum. Genau. Den Typen hole ich mir so besser. Nichts warte. Tschüss. Platsch. Aber schön an der Wand gedotscht. Hehehe. So muss das. So. Das hätten wir denn so weit. Da sind auch noch welche. Den da kann ich erreichen. oder auch nicht. Okay. Ein Glasrohr links weniger. Okay. Erwischt. Ja. Okay. Okay. Erwischt. Sehr gut. Hahaha. Hahaha. Scheiße. 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 Egal. Ich denke ich habe es ganz elegant gelöst. Aber es heißt elegant. Okay. War da gerade noch einer? Ne das ist ein normalo. Okay. da drüben muss ich hin. Was war das? Streicheln? Nein. Keine Zeit für so Blödsinn. Wir sind aus dem Sperrgebiet raus jetzt endlich. Warte mal. Lass mich mal hier runter gehen. Ist bestimmt besser hier. Ah. Ja. Okay. Damit es nicht so tief ist. Wisst ihr? Damit ich nicht direkt wieder Schaden habe. Okay. Kann ich hier durch? Ja. Hier geht nichts durch. Was war denn das? Oh. Hier. Warte. Das ist nicht Essen. Hier haben wir was. Okay. Gottchen. Das war ja nischt. Gibt es hier noch was? Ja. Okay. Hier noch? Nö. Ach so. Wo ist das? So. Nein, nein. Der Typ, der geht. Hä? So. Ich möchte diesen Typen unbedingt erledigen. erledigen. Hier lang? Hier lang? Da. Ein Mitglied von Adiab. Dem sollte ich nachgehen. noch eine Scherbe. Noch eine Scherbe. Nichts passiert, Leute. Geht alle nach Hause. Alles gut. So 240 in die Richtung. Okay. Jetzt holen wir uns die nächste Scherbe. Ja, ja. Jetzt keine Scheiße bauen, dass ich wieder auffalle. weil das habe ich richtig gut drauf aufzufallen. So. Oh. Kann ich hier irgendwie hoch? Ja. Rundherum zu laufen ist ziemlich blöd. Ist wieder ein Sperrgebiet. Ach so, das ist die andere Seite jetzt hier, hm? Mhm. Oh. Oh, ja, ja. Das war knapp. Wenn ich dich finde... Hey! Ich will aber nicht. Schneller! Schneller! Ich scheitere nicht. Du Hasenfuß! Nein! Komm zurück! Ach, was ist das? Hey! Habt nicht! Darf doch nicht wahr sein. Okay. Ich muss dann einfach ganz schnell da drüben rüber. Hä? Okay. Okay, von mir aus. Dann geht ihr mal alle. Ja, will er. Der kann Bock mehr auf euch. Doch, raus aus dem Sperrgebiet. Gott sei Dank. Das ist ja der absolute Horror hier. Überall Sperrgebiete. Nee, nee, du kannst ruhig oben bleiben. Also, Katastrophe! Guckt euch das hier an. Das ist ja... So, 50 Meter noch. Hier ist ein Mitglied von Aziab. Mit einer Wache zusammen. Okay. Okay. Dank dieser Scherbe werde ich die Geheimnisse dieser Kammer bald lüften können. Mhm. Mir auch nicht. Mir gefällt's auch nicht. Aber so ist das nun mal. Okay, wo sind... Ah, da sind schon wieder solche Leutchen. Mit denen will ich dicht in Kontakt geraten. Wenn nicht, dass man mich mit solchen Gestalten sieht. So. Okay. Dann lass mich hier mal so runterklettern. Na komm. Mein Gott. Der braucht ja ewig. Hier gibt's keine Dingens, ne? Oh. Da war grad ein Sperrgebiet. Das ist schön. Da, 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 da. Da ist was. Ich muss die loswerden. Da. Jetzt kennt mich keiner mehr. Sehr gut. Okay, jetzt hätten wir das erledigt. Und jetzt... Moment, wir wollen ja hier hin. Ähm... Äh... Ach so, Momentchen mal. Das war hier. Genau. Ja. Wir flitzen mal eben hier hin. Gehen in die Kammer. Schauen uns an, was wir bekommen für unsere Scherben. und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Seht ihr wieder böse, Leute? Oder ist hier wirklich dann, wenn ich hier war, alles erledigt, synchronisieren? Ich hab doch synchronisiert beim letzten Mal. Muss ich das nochmal machen? Okay. Bisschen unnötig, oder? Ob man das jedes Mal wieder machen kann oder muss oder sollte? Wir werden's sehen. Ich werd jetzt auf jeden Fall erstmal wieder darunter flitzen. Reinschwimmen in den Tempel. Und gucken, was wir bekommen. Hey, du kannst mich mal. Wie wär's damit? Das gefällt mir fesentlich besser. So. Attacke, Bassi. Wenn wir zurück sind, machen wir die beiden da oben auch noch kalt. Und dann haben wir bald Ruhe hier. So. Hier durch und da durch. Fluse war da. Okay. Was war denn das jetzt? Hä? Bin ich irgendwie falsch? Ach. Hoch, natürlich. Lass sie. Mach mir keinen äh, Stress hier. Okay. Geschafft. So. Zwei, drei. Was ist hier oben? Das sieht aus wie ein Dolch. Ich hätt aber gerne ein Schwert. Ich hab ja drei Scherben gesammelt. So. Schatz geborgen. Ausgezeichnet. Die Scherben bewirken etwas. Womöglich brauche ich mehr. Schatz geborgen. Okay. Ja. Was haben wir denn hier? Ist hier eine Rüstung drin oder so? Egal. Wir werden auf jeden Fall mehr Scherben holen. 14, 13. Ah, okay. Das sind die. Okay, dann lass uns jetzt einmal kurz gucken im Inventar. Hm, hier Schwert. Okay. Schaden 50, Verteidigung 50. Die maximale Gesundheit wird auf 50% gesenkt, aber der Schaden auf 50% erhöht. Oh. Blutpreis. Weiß nicht, ob ich das nehmen soll. Mein Schwert macht mehr Schaden. Ah. Ah, sieht jetzt auch nicht so berauschend aus, Vollständig verbessert. Hier kann man noch. Nee, ich glaube, ich bleib bei dem. Kann ich hier auch Schwert einfügen? büten. Ich glaube, das lassen wir alles so. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann dahin flitzen. Wir wollen hier aus vielleicht eine Schnellreise machen? Müssen wir hier vielleicht gar nicht raus? Achso, ich bin schon ganz. Okay, hier wollen wir hin. Hier haben wir noch keinen Schnellreisepunkt. Da haben wir einen. Gut, dann nehmen wir den. Geht das? Ja, geht. Okay, meine Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gehen wir zum nächsten Bruderschaftshaus. Auf dem Weg werden wir vielleicht noch ein paar Scherben finden, die wir einsammeln können. Und dann können wir uns die ganzen anderen Quark noch holen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Genießt alles, was ihr habt. Genießt diesen wunderschönen Tag heute. Und wir sehen uns. Bis morgen. Bis morgen.